Hallo, in unserem heutigen Lernvideo erklärt uns diese Dame von der Querfurter, äh Querschisser oder Quarkkörper oder irgendwas, ist auch scheißegal, bin ja nicht squishy, hallo, also diese komische Ische da auf der gescheiterten Revolutionsdemo in Berlin, erklärt uns den ersten Grundsatz erfolgreicher Masturbation, was wir dafür brauchen ist, Rau und hart und verschwitzt, dann greift noch fest dazu, bis ihr spürt, dass wir alle eins sind. Danke Ische, ja, und was macht man dann, was kann man tun, was jetzt, na, da hab ich einen weiteren Experten für euch, den österreichischen Top-Politiker und möchte gern Präsidentschaftskandidatin Gaius G. Glyphras, wobei, hab ich mir sagen lassen, dass G für geschmacklos steht. So, damit steht einer ordentlichen Wichsorgie, nix mehr im Weg, vielen Dank, also eure Proto, weil ihr seht, Gernot G. Gazprom, das G steht übrigens für... Grüßbibbel!